Oh, dann schmeckt das Ei gut. Meinst du, dieses Pärchen hier? Die wechseln sich immer ab. Jeder bekommt ein bisschen Ei. Das sind alle Leute. Der andere ist bestimmt an der Trinkschau, den kann man jetzt nicht sehen, aber ist nicht schlimm. Das ist so niedlich, wie die sich abwechseln, das ist einfach schön, finde ich toll. Dann lasse ich die meine auch, sollen sie mal aufessen. Schön.